Hallo, mein Name ist Ralf Pautlitz vom Autohaus Burmeister in Parching und ich möchte euch heute diesen Gebrauchtwagen vorstellen. Das ist ein Ford Mondeo Titanium S als Kombi, als Turnier. Das Auto ist aus September 2012, hat 123.500 Kilometer gelaufen und ist ausgestattet mit einem 2 Liter Benzinmotor mit 203 PS und einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Dieses Auto verfügt über Xenon-Scheinwerfer, Scheinwerferreinigungsanlage, Parkdistanzkontroll vorn und hinten. Beim Titanium S in der sportlichen Variante der Grill, die Schürze, die Seitenschweller und der Heckdiffuser, alles ein bisschen sportlicher ausgelegt. Wir haben auch ein sportliches Fahrwerk in diesem Auto drin. Das Auto steht auf Leichtmetallrädern mit 18 Zoll Felden. Wir haben Wärmeschutzverglasung und ab der zweiten Tür zusätzlich als Kontrast die schwarze Scheibentönung. Die Fenster sind in Chromleisten eingefasst und hier wiederholt sich das auch wieder, was ich schon eingangs sagte. Im Heckbereich haben wir hinten auch die Einpacksensoren, eine doppelrohe Auspuffanlage und der Heckdiffuser ist auch noch mal sportlich und schwarz abgesetzt. Wir haben einen größeren Heckflügel mit drauf, der das Ganze noch mal unterstreicht und beim Fort Mondeo bekanntlich einen großen Frachtraum. Also Platz ohne Ende. Bei Bedarf, Rücksitzbank geteilt umlegbar, können wir das Ganze durchaus noch mal vergrößern und dadurch die Funktionalität erhöhen. Ja, ich schlage vor, kommt mal mit rein. Wir schauen uns mal das Innere von diesem Fahrzeug an und gucken, was wir hier noch alles geboten bekommen. Ja, wir sind jetzt im Innenraum von diesem Titanium S. Das Fahrzeug verfügt über elektrische Fensterheber vorne und hinten. Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar. Wir haben ein Multifunktionslenkrad in Leder mit roten Nähten abgesetzt, mit Geschwindigkeitsregelanlage, Fernbedienung für den Bordcomputer, für das Radio. Wir haben eine Bluetooth-Schnittstelle für die Fahrsprechanrichtung und unter anderem die Sprachsteuerung. Über Startknopf wird das Auto gestartet. Dieser Wagen ist mit einem Sichtpaket ausgerüstet. Das heißt, wir haben hier einen Regensensor, einen automatisch abblendbaren Innenspiegel. In der Mittelkonsole haben wir den großen Bildschirm, unter anderem auch für das Navigationssystem, mit dem dieses Auto ausgerüstet ist. Zusätzlich hat das Fahrzeug ein Winterpaket. Bei diesem Auto speziell eine beheizbare Frontscheibe und Sitzheizung für beide Sitze vorne. Wie gesagt, Ablagemöglichkeiten, unter anderem auch vorhanden, Mittelarmlehne. Die Sitze sind sportlich ausgeführt mit verstärktem Seitenhalt und sind in Alcantara perforiert. Alles mit roten Nähten abgesetzt, auch hier im Bereich der Schaltung bei der Manschette. Ja, wer Interesse hat an einem Fahrzeug, sportlich, viel Power und unter anderem eine hohe Funktionalität durch den großen Frachtraum, der ist herzlich eingeladen, sich dieses Fahrzeug mal genauer anzuschauen. Macht eine Probefahrt, erlebt das Auto und sammelt eure eigenen Eindrücke. Uns wird es freuen, euch hier in unserem Autohaus begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.